So, ich stehe hier vor dem Hauptsitz der Firma Reich, dann schauen wir mal, was uns heute so erwartet. So, ich stehe hier vor. So, jetzt haben wir bei der Firma Reich ja schon einiges gesehen, aber jetzt geht es glaube ich noch mal woanders hin. Patrick, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, der Grund, wieso ich überhaupt erst hier bin. Wir fahren jetzt in der Kiesgrube und dann machen wir Bagger-Olympiade. Das hört sich doch nach einem richtigen Spaß nochmal an. Schauen wir mal, wie sich die Teilnehmer dann anstellen. Let's go! So, wir sind jetzt hier in der Kiesgrube von der Firma Reich. Bei mir ist ein Vertreter von der Firma Reich. Stellen Sie sich doch ganz kurz mal vor. Ja, mein Name ist Patrick Baumgartner. Ich bin Bauingenieur, Bauleiter bei der Firma Reich und für die Ausbildung zuständig. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind für die Ausbildung zuständig. Was erwartet ein Auszubildender denn bei der Firma Reich? Es erwarten Ihnen interessante Projekte, nette Kollegen, Abwechslung im Beruf und volle Unterstützung. Auf jeden Fall. Vor allem ist es auch eine Chance für uns, junge, motivierte Menschen zu unterstützen und in ihrer Motivation noch zu bestärken, weiterzumachen und dran zu bleiben, sich zu informieren. Ja, und das ergibt dann automatisch auch gute Bewerber für uns und für andere. Zum Erlebnistag, also wir haben schon gesehen, wir haben viel gemacht. Jetzt da hinten dürfen die Teilnehmer auch noch ein bisschen baggern. Ich bedanke mich schon mal soweit fürs Interview. Vielen Dank. Und abschließend, ja, gibt es noch so eine Art traditionelle Frage. Wie würden Sie Work at SICK, das Projekt an sich, in drei Worten, in eigenen Worten kurz beschreiben? In drei Worten. Chance, Interesse, Motivation. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank.